Musik Beim Golfwettbewerb über den Dächern von Passau in Freienberg holte sich Ludwig Kagermeyer bei der Last Change bei Weisbräu Andorfer den Bruttosieg. Gleich mehrere Podestplätze gab es für die Skispringer Höhenharter Adler beim Heimlandes Cup. Die erst-sechsjährige Nina Brückel holte gleich dreimal den dritten Platz. Der Oberösterreichische Seniorenbund präsentierte sich bei der Landesversammlung der CSU-Seniorenunion grenzüberschreitend. Gerade der Kontakt über die Landesgrenzen hinweg sei wichtig, da man viel voneinander lernen kann, so Landesgeschäftsführer Franz Ebner. Der SV Gunther Matigried unterstützt die Typisierungsaktion für den acht Monate alten Mahir und die 40-jährige Lucia. Rund um das Bundesliga-Match gegen Salzburg in der Josco-Arena werden passende Stammzellenspender gesucht. Stammzellenspender